Ich bin Pierre, ich bin 34 Jahre alt, ich bin Performer und Talkbieler, Podcaster, Buchautor und Adrenalinserie. Ich versuche das Beste aus meinem Leben rauszuholen. Hinter die Nachzeit kommt rein. Ich habe 28 Jahre in den Elternhaus gewohnt, bin dann in eine inklusive WD gesorgt. Das Projekt Wohnen ist gefloggt durch Atemmensch. Ich habe da drei Jahre gewohnt und bin dann hierher gezogen. Das Projekt hat den Weg eben, dass ich selbst zufrieden bin. Hi, ich bin Gina, ich besuche heute den Pierre, um zusammen einen Podcast mit ihm aufzunehmen und ich will mir mal anschauen, wie er so alleine wohnt. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Ganz gut. Komm rein. Das ist richtig schön. Wie lange wohnst du jetzt schon hier? Ja, in drei Jahren. Aber fühlst dich wohl? Ich fühle mich wohl. Sehr schön. Sollen wir einmal gucken, was in der Box ist, die ich mitgemacht habe? Ich habe hier eine Box voll mit Vorurteilen. Du kannst doch nicht alleine einkaufen. Doch. Doch. Du kannst nicht selber kochen. Lecker. Auch widerlegt. Nächstes. Bei dir ist immer jemand da, der dir hilft. Hin und wieder ist jemand mehr, aber nicht anders. Du widerlegst alle Vorurteile. Dann startet hier mit die 90. Folge des Pierre Zinger Podcasts. Ich würde gern mehr Inklusion im Fernsehen sehen, weil ich finde, du siehst kaum Leute, die eine Behinderung haben. Ein Ziel wäre, dass sich das ändert, dass sich das Denken der Leute auch ändert, dass Leute sehen, dass eine Behinderung keine Krankheit ist und dass wir eigenständig auch leben und unsere Sachen schaffen können. Warum hast du A genommen? Ich finde, das ist eine ganz lustige Vorschau, wenn ich ihn nur auf den Wannen drücke und nicht mal Mühe zerbreche. Du lieber Nudeln, selbst kochende Pasta? Ich die Krakke bei mir in den Arm fehlen. Für mich wäre es einfacher, wenn jemand das Bett bezieht. Und weil Pierre noch viel vor hat, bin ich schon mal weg. Tschau. Tschüss. 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 Ich wünsche mir für die Zukunft, dass ich mir weitere Lebensträume erfüllen kann. Nach China und Amerika zu erreichen. Ein ganz großes Ziel ist, um immer im TV-Stadt zu leben. In den TV-Stadt muss ich sein, wenn das funktioniert. Wenn man an sich glaubt, kann man alles haben. Und mit alles meine ich alles.